Nie in meinem ganzen Leben sah ich so extrem gut aus in der Schule wie heute. Wir hatten Mototalk, Mafia. Ich dachte mir, nee, also da musst du die Maus jetzt einen Block von machen. Ich musste mich einfach im Auto schminken, weil ich viel zu wenig Zeit hatte. Aber es ist echt gut geworden. Und ich komme extra um 8 Uhr in die Schule. Ich laufe ins Klassenzimmer, sitze da meine Lehrerin ganz allein. Oh Gott, Fili, hast du vergessen? Wir haben doch heute gar keinen Unterricht. Ich so, ach du Scheiße. Bin ich straight wieder rausgelaufen aus dem Schulhaus. Bin ein bisschen mit der Mara rumgedrivet. Und das war übrigens ihr Outfit. Und das war Karos. Und Karos sah so extrem geil aus. Einfach wie so eine russische Mami, die ist Russin. Übelwild. Und das hat wirklich fast jeder mitgemacht. Und die Jungs hatten halt irgendwie so schwarze Hemden an. Und insgesamt, das sah ein bisschen aus wie auf einer Beerdigung heute. Doch ich habe es komplett gefühlt. Also schlagt das Motto unbedingt bei eurer Motto-Woche vor. Auf Instagram zeige ich euch jeden Tag meine Outfit-Best.